Es gibt Schöneres, ne? In Dark Souls. Sieht aber auf jeden Fall nicht schlecht aus. Weiter geht's. Wir verzaubern schon mal unser Schwert. Ich meine, wofür haben wir den Zauber? Wenn wir ihn nicht benutzen. Oh Gott. This... I have a bad feeling. I have a really bad feeling about this. Ihr lebt noch? Oh wow. Nee, danke. Kein Interesse. Kein Interesse. Wir haben 55.000 gesehen. Ich möchte die bei erstmal ausgeben. Bevor die mich wieder hier mit 20 Leuten angehen. 1v1-Fights sind total okay für mich. Was? Eldritch, getreuer Lord of Pancakes. Ein Invader also. Juhu. Ein Invader also. Juhu. Die fucking du. Dann will ich mir direkt wieder meine schöne Ember abknöpfen. Da kommst du jetzt oder nicht? Jungen. Hallo? Junge? Ach, das ist einer von denen. Das ist ja lustig. Der wartet extra bei den ganzen Mobs. Damit er mich da töten kann. So wie der letzte Hohansohn, der das gemacht hat. Haben wir irgendein Item, dass wir den zurückschicken können? Ich glaube nicht, ne? Stille ich mir mit dem Tanne. Ja. Ah, nee. Da ist er ja. Okay. Okay. Ah. Okay. Ah. Aha. Ah. 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 Bye bye So Den nochmal weggerackt Ganz kurz Können wir schon ans Lagerfeuer jetzt gleich gehen Wahrscheinlich Danke So Den haben wir weggerackt Aber auch gut Der hat gut kassiert Der hat mit seinem Der hat mit seinem Ultra Groß Schwert Circa so viele Schaden gemacht Wie mit unserem Mini Schwerter Das lag wahrscheinlich an der Verzauberung Hat hier wohl keine Feuerverteidigung oder so Ähm Genau Ich sollte aufsteigen Aber wir werden erstmal gucken Ob ich meine Waffe upgraden kann Waffe upgraden Plus Das ist ja schön Noch ein bisschen mehr Schaden drauf Da hatten wir noch eine Oder haben wir die Essos Schäuze schon eingelöst Wir haben die schon eingelöst Ja okay Wir haben keine Anfalt Die bist immer noch nicht da Oh okay Okay Dann benutzen wir unser Geld zum Aufsteigen Wir wollen Wir wollen Ähm Wie schaden bin ich eigentlich momentan zu Wir könnten den Schaden Wie hoch machen das mehr Drei Schaden pro Dingens Drei Schaden pro Dem Oh ne So neun Schaden mehr Ist halt okay Aber Ist halt auch Nicht so okay Wir machen mal dann noch eins Auf Vitalität Ich glaub so ist okay So ist super So Stippt ab Gut Und wieder hierhin Fortschritt 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 Leute Sehr nice Sehr Sehr nice Dippdi 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 Kurz was trinken Gut Okay Wie mach ich diese Gegnerhorden denn da kaputt Ich müsste die einzeln anlocken Oder durchrennen Und ich bin Oh Oh Du lebst wieder Okay man muss also einmal reisen Anscheinend Funke-Titanit Wie viel Funke-Titanit haben wir eigentlich Inzwischen Zwölf Stück Nicht schlecht Nicht schlecht Ich glaub damit könnten wir Alle zwei Vier Sechs Ja Damit könnten wir eine Waffe auf plus drei machen Von den legendären Dingern Ist schon mal nicht allzu schlecht Okay Ich hoffe wir werden mal jetzt nicht invaded Sondern dürfen auch das Spiel Nochmal weiterspielen Oh Gott Wie soll ich die nur schaffen Ich glaub ich soll hier dahin gehen oder Okay wieder unsichtbare Gegner Ist hinter mir was Oh mein Gott Warum bist du Ganz unsichtbar Du vorhin Findest da irgendwas Ringen Werde ich mir gleich angucken Nur noch zu sein Werde ich mir den jetzt mal angucken Ne Ich höre doch niemanden What the fuck Okay wir gucken uns den jetzt einfach mal an Der hier Dunkel Schadensminderung Okay Wer Macht hier die ganze Zeit so komischen Geräusche Holy Holy fucking shit Okay Äh Ja So Okay Waffe verzaubern Und hoch hier Ach ihr seid wieder diese Diakonen Hohrensöhne Na kann das sein Au Genau Sonic ab Okay Oh man Die ganzen Diakonen Hohrensöhne Überhaupt gar keinen Bock auf die Ja hier war ein Item Wo ist die Tendingsscherbe Ja warum nicht Warum nicht Guck mal da ist jemand draufgesprungen Hat eine Lachricht hinterlassen Auch gut Ähm Ne erstmal hier lang Enge Räume finde ich Persönlich Bisschen angenehmer Okay Du bist doch ein Hebel oder nicht Abkürzung 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 Oder Oder Wann mal Nachricht lesen Hätte ich nur Echse Vision von Echse Vision von Echse Wo Wir haben Exo voraus Hab dich Simpler Edelstein Zeig dir was das Ding macht Sind wir wach Verursachen Magieschaden Und stellen FP sehr langsam wieder her Um auch dem größten Einfallspinsel Etwas in Mut Einzuflüssen Sehr gut Sehr gut gemacht Spiel So Solche Humor Ding Der ist gut Der ist gut Der gefällt mir Okay Das waren jetzt nur für die Echse Hier und für Ich schätze mal Dass es eine Abkürzung ist Ah und jetzt kann ich Den Hebel erst zielen Falls ich den wieder Hoch bestellen möchte Okay Okay Hier ist sonst nichts Haben wir sonst noch irgendwas hier Ne Kiste Dann muss ich ran Du siehst doch aus wie eine Mimik Du Wir machen jetzt schon mal lieber Feuer Oh ja Ich hatte recht Okay Ah Was hast du auf einmal gelassen Goldener Ritualspeer Hört sich schön an Goldener Ritualspeer Damien Ja Oh Ein B-Scanning Auf Dingens Ah Das ist stark Das ist stark Für Aber nicht für mich Erhöht für ganz kurz Zeit Die Zauberkraft Kann auch als Zauberstab verwendet werden Mh Sperrhalts Plus Zauberstab Sehr schön Monster voraus Komm wir machen Wir machen doch auch mal Hier eine Nachricht hin Wir machen hier eine hin Vorlagen Vorsicht vor Kreaturen Wo haben wir denn Mimik Wie heißt das denn auf Deutsch Mimik Vorsicht vor 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 Ähm Ja Lügner Lügner wäre eigentlich das normalste Oder Vorsicht vor Vereint einfach mal Abschließen Jupp Okay Haben wir das auch gemacht Und kein Rad Na verdammt Hätte ja schön Hätte ja sein können So Und hier unten Oh ne Kann ich da durch? Wartet mal Ich kann ja auch gleich wieder hochfahren damit Glaub ich mal Aber es sieht so aus Ob da ein Gang wäre Was für mich Sehr interessant ist Okay ist es nicht Warte Hä Wo ist denn das? Ah Okay Ich wollte gerade sagen Weil ich hab gedacht Da wäre das Lagerfeuer Okay Gucken wir jetzt nach unten Und machen wir weiter hier Hochsymbol Heißt dahin ist wahrscheinlich ein Boss Wenn da ein Hochsymbol ist Oder? Würde ich zumindest von ausgehen Rube des Diakons Du hast mich betrothaun Okay Ja, ja, kommt Kommt alle langsam her Ja, komm, komm Ich kann die Gegend rollen Bam Backstrap gegeben Alles stipptopp So muss das aussehen Okay Ich hatte noch einen gesehen, glaube ich Wir laufen also erstmal Das sind ja echt zwei What the fuck Game, please Ich habe noch eine Scheiße, ich habe noch keine Sehne Ich habe noch keine Ich habe noch einen Schrauben Ich habe noch einen